So, da sind wir wieder. Das geht mal so gegangen, dass das gleich vorne fliegt mit dem Vorraum. Genau, damit ich nicht getötet werde. Boah, gut, dass ich zur Seite gegangen bin. Alter, das Ding hätte mich platt gemacht. Ich bin extra noch, das sah so... Ey, das sah so... Alter. Da hab ich stehen geblieben. Handelnsrouten? Schlecht. Rockmining? Schlecht. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass die Piraten ziemlich gearscht sind. Selbst Schmuggel ist nicht rentabel. Was haben wir denn da? Guck mal, was haben wir denn da? Da ist doch was. So, wie ist mein EM und DM und SM und KM? Ich hab was gefunden. Ne Prospektor. Ich breche ab, ne Prospektor. Cargo? Noch gar nix. Cargo noch wenig, noch gar nix. Ich hab das verstellt hier versehentlich. Da ist der Prospektor. Was macht der Prospektor da? Jetzt eigentlich Mining. Bin nicht vorbereitet. So, Tromag. An. Knarren. Knarren. Ach. Jetzt muss ich hier die Wehrgeschütze ausmachen. Badger aus. Aus. Ich hab was gefunden. Er ist am Knacken. Und ich mach erstmal aus. Ich hab hier was gefunden, aber ich seh gar nix. Wie heißt du denn? Sherry? Trauma zwölf Sherry. Trauma zwölf Sherry. Okay. Lalalala. Schilder aus. Schilder aus. Und aus die Maus. Bleib stehen. Guck mal, ob ich den alleine auskriege. So weit weg, hä? 400 Meter. Krieg dich aus, krieg dich aus, krieg dich aus. Bist du aus? 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 Du bist nicht aus. Also wie gesagt, ich übe ja noch, ne? Ich bin ja ein... Fuck idiot. Ist er aus? Bist du aus? Ist er aus? Fällt? Müssen wir grad mal ein bisschen konzentrieren? Jaja. Alleine schwierig, ist egal. Ich übe jetzt einfach. Shoot me, sagt er. Die sollen shooten. Den will ich ja gar nicht. So, schlägst du jetzt auf? Ah, er schlägt auf. Okay. Okay. So, jetzt haben wir ihn schon mal unten, ne? Der ist doch schon mal gut. Kein Crime Start. Ihm passiert ja nix. Ich könnte noch mal Hilfe bekommen für meinen Jungs hier. Ja, irgendwas kommt angeflogen. Dein erstes Spiel. Great Player Gooks. So, save 5k. Komm, pay me 5k. So, wer kommt denn da noch? Hat sie ausgelockt. Okay. Ja. So ist es. Great Player. Guck mal, er hat mich gelobt. Er hat gesagt, Great Player Gooks. Er hat mich gelobt. Ah, der ist nett von ihm. Mr. Cherry, Mr. Cherry, Dankeschön für dein Lob. Bedeutet mir echt viel, viel mehr als 5000 UEC. Mr. Cherry, Mr. Cherry, ich treff dich auf dem Klo. Dann reicht dir das Klopapier rüber. Ich weiß nicht warum, aber der lässt sich gerade so bereiten. Keine Ahnung. Ach, schön, 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 schön. Ich weiß nicht, wie ich es ist. 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 Vielen Dank.